Hallo zu euch nach Hause. Mein Name ist Sebastian und ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Ausflug in die Welt des Tequilas und des Mescals. Ja, erstmal Frage beantworten, was ist eigentlich Tequila, was ist Mescal? Also Tequila wird hergestellt aus Agave. Agave ist ein Spargelgewächs, im Endeffekt enthält es an sich gar keinen Zucker, sondern Inulin, man könnte sagen langkettiger Zucker oder Stärke. Dazu aber zum Produktionsverfahren nachher mehr. Aber ihr müsst zwei wichtige Dinge wissen. Worunter oder was versteht man unter Tequila in Europa? Ganz oft ein Problem, deshalb mache ich das Video auch. Viele Freunde haben mich gefragt, du Tequila, was ist das eigentlich? Wie wird es hergestellt? Und das ist doch nur so ein Party-Schnaps und einen Shot und weg und hauptsache schnell, weil es schmeckt nicht. Das ist eigentlich komplett falsch. Es gibt so gute Sachen aus Agave. Also es gibt so gute Tequilas, so gute Mescals. Das ist unglaublich. Man muss halt einfach auch die richtigen Sachen finden und dafür braucht man so ein bisschen Grundwissen, damit man nicht den Tequila mit nach Hause bringt mit dem roten Hut und sagt, das ist Tequila. Es ist auch Tequila, aber es ist halt was anderes. Also bei Tequila gibt es so ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Tequila wird hergestellt aus Agave. Entweder als 100%er, dann seht ihr das auch auf dem Etikett. Das wird sich kein Produzent nehmen lassen, das drauf zu schreiben. Wenn er es so herstellt, dann steht hier 100% Agave. Warum schreibt man das drauf? Es gibt ein Regelwerk in Jalisco, also der Provinz, wo der Tequila ursprünglich herkommt, rund um die Stadt Tequila. Und zwar, dass Tequila hergestellt werden darf zu 51% aus Agave und 49% aus Melasse. Bedeutet also Melasse, Zuckerrohrsirup sozusagen, eingedickter. Bedeutet einfach, das ist die günstigere Variante. Also eine Agave braucht 5 bis hin zu 30 Jahren, um reif zu werden, um wirklich das volle Aroma zu entwickeln und erntereif zu sein. Das heißt, ihr seht schon, Agave muss ich extrem lang vorplanen, was ich produzieren will. Das ist kein einjähriges Gewächs, das ich mal schnell hochziehe, ernte und verarbeite, sondern ich habe lange Zeiten, bis ich es ernten kann. Zuckerrohr ist in Masse vorhanden, auch in Mexiko. Das heißt, da kann ich halt relativ günstig produzieren. Das sind die sogenannten Mixtos, also Tequila Mixto. Das schreibt aber keiner drauf, sondern wenn ihr eine Flasche in der Hand haltet und es steht nur Tequila drauf, könnt ihr davon ausgehen, es ist ein Mixto. Also fast immer. Ihr seht es auch hier, ich habe euch mal einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Steht immer mit drauf, 100% de Agave. 100% de Agave. Also einfach 100%iger, 100%iges Agavendestillat. Wir müssen da ein bisschen ins Detail gehen. Das ist auch ein bisschen technisch, aber nur ein bisschen. Und zwar sorgt es halt einfach auch dafür, die Produktionsunterschiede sorgen für ein ganz anderes Aromenprofil. Ihr habt auf der einen Seite hier links von mir die drei Tequila. Auf der rechten Seite habe ich euch ein Mescal mitgebracht. Alles, was hier steht, ist zu 100% aus Agave. Beim Tequila haben wir es gerade geklärt. Da dürfte man auch mit 49% Zuckerrohr arbeiten. Beim Mescal gar nicht. Mescal nur Agave. Noch eine Besonderheit. Tequila nur Agave Weber. Also Tequiana Weber heißt die Sorte. Das ist die blaue Agave. Nur die darf hier eingesetzt werden. Mescal, anderes Thema, alle Agaven. Hier Jalisco, rund um die Ortschaft Tequila. Mescal, ganz Mexiko, fast ganz Mexiko. In den klassischen Anbauregionen, wo die Agave wächst, darf Mescal hergestellt werden. Aber noch eine Besonderheit, wie gesagt, alle Agavensorten, aber ganz andere Verarbeitung. Dazu aber gleich mehr. Und ihr habt trotzdem in der Provinz Oaxaca, habt ihr im Endeffekt 98% der Produktion. Also 98% der Produktion ist in der Region Oaxaca. Der Rest, die anderen 2% verteilen sich auf Mexiko insgesamt. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Also man sagt, das haben schon, also Mexiko ist so seit 22.000 Jahren bevölkert, roundabout. Und man hat gesagt, schon indigene Völker haben entdeckt, dass diese Agave, diese Pflanze, die dort gewachsen ist, wenn man die einkocht, so eine Art Honig entwickelt. Also das ist so, ja, hat halt süßlich geschmeckt. Das heißt, der Weg dahin, ihr ahnt es schon, läuft über einen Erhitzungsprozess. Heutzutage gibt es für die Produktion, ich sage ja ein bisschen Technik, müsst ihr heute ertragen. Vielleicht habt ihr ein Tequila im Schrank oder ein Mescal, dann könnt ihr den einschenken. Oder ein anderes Lieblingsdestillat. Aber wie gesagt, Produktion muss man einfach ein bisschen durchgehen, weil es auch für ein ganz anderes Aromenprofil sorgt. Tequila, klassisch, sind Brick-Oven, also wirklich gemauerte Öfen. Drunter ist ein Feuer. Agave oben rein, mal einfach erklärt. Es wird warm wie in einem Pizzaofen und diese Stärke in der Agave, dieses Inulin, bricht quasi auf. Das heißt, teilweise verflüssigt sich das. Ich nehme nachher die Agave und presse die. Dabei kann ich so 70% des Zuckers, den ich da gewinne, oder dieses Inulin extrahieren. Ich brauche dann Enzyme, die das quasi aufschließen, nochmal vollends, weil nur der Zucker kann von der Hefe vergoren werden. So viel dazu. Das heißt, nachher schmeckt diese Agave, hat keinen direkten Kontakt mit Feuer. Warum direkter Kontakt mit Feuer? Wegen dem Kamerad hier rechts von mir. Und zwar für ein Mescal funktioniert das anders. Dann nehmt ihr die Agave oder die nehmen die Agave, kommen wie so Art Erdlöcher, werden zugeschüttet mit Steinen, also große Steine und dann wird obendrauf ein Feuer gemacht. Das heißt, die Hitze drückt auch nach unten, wie bei einem Ofen, erhitzt das Ganze, verflüssigt teilweise dieses Inulin. Nachher kannst du es pressen, kannst es verarbeiten, aber was bleibt. Und wenn ihr mal ein Mescal habt, das ist auch das, warum viele Leute beim Mescal erstmal erschrecken, riecht rein. Und ihr riecht nicht nur diese Citrusnoten, die so typisch sind, sondern ihr riecht auch so eine Röstaromatik oder so eine Rauchnote schon nicht fast, sondern man riecht eine Rauchnote. Manche haben das kräftiger, manche weniger kräftig, aber das ist das. Mescal ist halt einfach ein Herstellungsprozess, der sehr handwerklich abläuft. Das können wir quasi mal sagen, Mescal ist nicht jedermanns Sache vom Aroma her, aber an sich der Handwert, das handwerklichere Destillat, wenn man es jetzt mal fies sagen will, gegenüber dem Tequila. So fies wollen wir natürlich nicht sein, weil das, was hier vor uns steht, sind auch handwerklich gemachte Tequila, also was anderes. Wir haben hier mit dem Rousse de Rojo, haben wir noch so ein bisschen, sagen wir mal ein Mode-Tequila, aber auch als 100%er. Ich habe euch den mal mitgebracht, so kommt er nämlich dann destilliert raus. Blanco, dann haben wir ein Reposado, die reifen zwei bis zwölf Monate, also gar nicht so lang, dass sie einfach ein bisschen weicher werden, ein bisschen abgerundeter vom Alkohol und ein bisschen Holzaroma ziehen. Da darf man auch Fässer nehmen, bis zu 750 Liter Inhalt, beim Mescal bis zu 1000 Liter. Und dann haben wir hier noch ein Añejo. Añejo heißt halt zwölf Monate aufwärts, also im Regelfall zwölf Monate bis zu drei Jahre, das kommt bis hin auf den Produzent an. Wie gesagt, alles 100%er, auch hier Mescal immer, aber ganz andere Herstellungsverfahren. Also wie gesagt, man muss quasi dieses Inulin aufbrechen, damit es überhaupt funktioniert und wir kennen es tatsächlich auch in Europa bei diesen ganzen Knollendestillaten. Also wenn ihr zum Beispiel einen Topinambur nehmt, das ist ja eine Knolle, wächst im Boden, da habt ihr auch Inulin, das heißt eine Art Stärke, nennen wir es mal so, die ist für die Hefe nicht vergärbar. Das heißt, man setzt da Enzyme zu, die Enzyme brechen diese Stärke auf zu Zucker und dann kann die Hefe das verarbeiten und die Hefe sorgt ja dafür, dass nachher Alkohol entsteht, den man nachher abdestillieren kann fürs Destillat. Ja, wie gesagt, relativ spannendes Thema. Tequila ist sehr vielseitig. Ich kann euch nur sagen, schaut es euch mal an, probiert euch vielleicht mal durch ein, zwei durch. Ihr könnt uns auch gern schreiben im Shop. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder mal ein Sample möchtet, finden wir da sicher Mittel und Wege, dass ihr es einfach mal probieren könnt. Vielleicht beim nächsten Tequila-Tasting, wenn ihr Lust habt, seid gern dabei. Sonst würde ich sagen, ich schenke mir mal einen Schluck Mescal ein und hoffe, ich konnte euch ein wenig die Angst vor dem Thema nehmen. Oder Angst ist es ja meistens nicht, aber die, ja doch, man kann schon fast sagen, Abneigung. Es gibt viele, die einfach völlig schockiert sind, wenn jemand im Freundeskreis sagt, du, ich trinke halt gern Tequila. Dann denken die alle, der sitzt zu Hause und trinkt aus der Literflasche quasi mit dem roten Hut drauf den Tequila. Aber damit hat halt Tequila an sich nichts zu tun. Das ist das, was nach Europa kommt. Das sind eben diese Mixtos, die zu 49 Prozent aus Zuckerrohr bestehen. Oftmals, also bis dahin dürfen sie ja gehen. Bei einem Mixto, wo eben nicht dieses 100 Prozent Agave draufsteht, darf ich halt einfach 51 Prozent Agave und bis zu 49 Prozent Zuckerrohr einsetzen oder halt Melasse. Dadurch ist halt einfach, ja, eher industrielles Produkt als das hier. Und vielleicht noch zur Produktion, dieses 100 Prozent Agave, der einzige Nachteil, was es euch nicht zusichert, ob der Produzent Diffusor einsetzt. Also ein Diffusor ist im Endeffekt ja ein Gerät, das dieses Inulin schneller, also diesen Erhitzungsprozess in diesen Brick-Ovens, dieses ganz klassische, wie es die Hochkaräter machen, die Top-Produzenten, ersetzt. Einfach wie so eine Art Autoklar, wie dir das Ganze erhitzt und mit Druck dann noch das Inulin entzieht. Also da kriegt man halt auch höhere Ausbeutesätze hin. Das heißt, man entzieht der Agave mehr. Man kann mehr produzieren, etc. Aber es geht halt ein bisschen zu Lasten des Aromas oder der Qualität. Das heißt, die Top-Produzenten gehen tatsächlich noch hin und erhitzen das in den Brick-Oven. Beim Mescal habt ihr einfach den Vorteil, ihr müsst es mal probieren, müsst mal gucken, ob es euch liegt, weil das Aroma nicht jedem liegt. Mir persönlich, ihr habt es schon gesehen, ich habe mir einen kleinen Schluck eingeschenkt. Mir persönlich liegt es super, ich mag es sehr, ich bin ein großer Mescal-Fan. Aber ich muss halt einfach sagen, es muss einem auch liegen, aber das ist halt das handwerklich Hergestellte. Von dem her kann ich nur sagen, probiert euch durch. Wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt, lasst uns gerne ein Like da, guckt gerne mal vorbei. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, sonst kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, hoffentlich bis bald. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.